Auf der Matte 3 in der Gisklasse bis 73 Kilogramm im Finale. Kilian Ochs gegen Zimmermann. Es bereiten sich vor, Kampf um Platz 3, Habermann gegen Führmann. Siegermatte 1 und damit im Finale Müller 14.90. Es stehen jetzt gegenüber Pracht 14.90 und Geisel-Kanaus-Halle. Bitte vorbereiten, Matte 1, Pracht Ferner, UECC Potsdam und Zwang, UECC Potsdam.